In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Reisebericht schreibst, also keine persönliche Erzählung, sondern einen klassischen Bericht und zwar mit den W-Fragen. Der Reisebericht, der schildert nämlich sachlich und objektiv eine Reise, die Strecken, die Ereignisse der Reise und die Besonderheiten. Ein Bericht ist objektiv, sodass andere sich genau vorstellen können, was passiert ist. Deshalb schilderst du Fakten. Wenn du hast, nennst du Daten und du gibst ganz genaue Beschreibungen. Deine Leserinnen erwarten beim Bericht eine sachliche Darstellung. Verwechsel ihn bitte nicht mit einer persönlichen Erzählung. Und benutze zu deiner Darstellung jetzt die W-Fragen. Wann war die Reise? Gib das Datum und die Uhrzeit und das Jahr an. Wer hat an der Reise teilgenommen? Warst du alleine oder waren Personen dabei? Und wo ging die Reise hin? Nenne Orte und Strecken. Was ist auf der Reise geschehen? Schildere Sehenswürdigkeiten und Ereignisse. Erzähle auch, wie es dazu gekommen ist. Und warum etwas passiert ist. Und welche Folgen hatte die Reise? Wie ist dein Fazit? Dein Reisebericht kann jetzt ganz kurz so aussehen. Natürlich sollte er eigentlich etwas länger sein. Wann in den Sommerferien 2020? Wer? Meine Eltern, mein Bruder und ich. Wo? In einem kleinen Ort in den Niederlanden. Was? Bei einem Strandspaziergang entdeckten wir Seehunde, weit draußen in der Nordsee. Wie? Die Seehunde kletterten auf eine Insel und sonnten sich dort. Warum? Dort war es warm und es gab ausreichend Fische als Futter für die Seehunde. Und welche Folgen hatte die Reise? Das war so spannend, dass wir nun jeden Tag am Meer entlang spazierten und nach Seehunden Ausschau hielten. Wie gesagt, der Reisebericht darf ruhig viel länger sein. Aber schreibe auf jeden Fall sachlich und korrekt. Schreibe nicht so etwas wie, mein Herz zersprang vor Freude, sondern schreibe eher, bei schönem Wetter konnte man die Seehunde gut erkennen. Und schreibe in der Vergangenheit, denn das Ereignis ist ja bereits vergangen. Teile deinen Reisebericht in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Wann, wer und wo, das ist in der Regel die Einleitung. Was, wie, warum ist dein Hauptteil, der längste Teil deines Berichts und welche Folgen hatte die Reise, kommt in den Schluss. Lust aufs Reisen bekommen? Schreibe über deine letzte Reise einen Reisebericht. So kannst du üben. Dieses Video ist von Lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare, teile das Video und viel Spaß beim Schreiben deines Reiseberichts.